Musik Ting tingeling ich komme, es ist schöne Weihnachtszeit Ting tingeling schnie schnappi, Sandra ist hier bereit Einen wunderschönen guten Tag meine Lieben Ich wünsche euch allen ein frohes, frohes, schönes Fest da draußen Und wie ihr jetzt schon an der Überschrift seht, bin ich das 24. Türchen des YouTube Adventskalenders Und heute startet auch meine endgültige Verlosung für den heutigen Tage Und ich zeige euch gleich, was es zu gewinnen gibt Und zwar gibt es die allseits beliebte, im Sommer hochgelobte und sehr schnell ausverkaufte Douglas Palette Und zwar die Hot Makeup Palette Das ist eine ganz neue, die habe ich euch damals besorgt Damit ihr mal seht, um was es da geht, zeige ich euch mal meine Die sind nicht erschreckend, die ist schon ordentlich benutzt Es sind so viele gebackene, schöne Schimmerne Lidschatten da drin Damit könnt ihr jede Menge Looks kreieren Die Farbabgabe ist der absolute Burner, wie ich euch hier gerade versuche zu vermitteln Das ist auf jeden Fall der Hauptpreis Dann bekommt ihr von mir zusätzlich von Soap & Glory ein Lipgloss in der Farbe Plum Passend zur Jahreszeit Dazu aus beruflichen Gründen, weil ich gedacht habe, komm Vielleicht ist, ich glaube, das wird einfach jeder brauchen müssen Hoffen wir, das macht mir, das ist jeder von euch auch wirklich benutzt Eine Zahnbürste Dann bekommt ihr von mir noch ein Schminktäschchen So ein schönes braunes, schön gepolstertes Und in dieser Schminktasche werden sich folgende Sachen befinden Ein Creme Rouge von Florence In so einem schönen Rosenholzton Dann bekommt ihr dazu einen sehr gehypten Nagellack Und zwar aus der Essence You Rock LE Dieses Chanel Dupe in der Farbe 02 Love, Peace & Purple Dazu bekommt ihr dann noch den Catrice Nagellack In der Farbe 660 I'm a Star Das ist ein wunderhübsches Gold Und von M&Y noch ein Nagellack in der Farbe 461 Ein sehr gehyptes Gold aus dem Sommer Dazu werdet ihr apropos Gold Einen Bronzer von Milani zugeschickt bekommen von mir In der Farbe 04 Glow Und das war noch nicht alles Denn ihr bekommt ein komplettes Travel Set von mir Von der Serie Dove Mit einem Shampoo, einem Deo, einem Duschgel und einer Body Lotion Immer sehr praktisch für Reisen Und noch dazu bekommt ihr ein ganzes NYX Set von mir Mit wunderschönen, hübschen Sachen Darunter ein Lidschatten Trio Mit so schönen goldenen, bronzenen Farben Sehr schön für den Herbst als auch für den Sommer Eigentlich für das ganze Jahr über Einen NYX Creme Rouge In einem wunderschönen, dunklen Bärenton Sehr hübsch für die Jahreszeit Muss ich ganz ehrlich sagen Einen NYX Nade Polish Nagellack In der Farbe 105 Alge Ich mag die Alge Wink Dann bekommt ihr einen HD Concealer Noch dazu Dann bekommt ihr noch von NYX den Lip Liner Pencil In so einem Rosenholzton Die Farbe heißt auch Rose Dazu eine sehr lang Wie sagt man Die wimpernlang machende Mascara Und zwar die NYX Doll Eye Mascara Long Lash In Extra Black Dazu einen Lip Gloss mit dem Namen Lala Der so schön schimmert in einem kräftigen Pinkton Und einen wirklich sehr coolen Lippenstift Den Luxurious Black Label NYX Lipstick Den hole ich jetzt nicht raus Aber ihr könnt hier die Farbe in etwa erahnen Ein wunderschönes Für die passende Zeit Farbiges Rot So sehr schwerer Satz So was müsst ihr machen um an der Verlosung teilzunehmen Die Verlosung ist ausschließlich für meine Abonnenten bestimmt Die mich bis hierhin sehr viel unterstützt haben Und deshalb musst du bitte Abonnent meines Kanals sein Das warst du oder bist du das noch nicht Klicke hier drauf auf Abonnieren Und dann wirst du es Zweite Regel Favorisiere dieses Video Denn genau an dieser Stelle werde ich Am Ende der Verlosung Die am 3. Januar um 15 Uhr enden wird Genau hier ein Der Gewinner wird nicht über ein extra Video bekannt geben Sondern wird genau hier eingeblendet Dann müsst ihr mir bitte nur ein Kommentar pro Person dalassen Indem ihr folgende Fragen beantwortet Frage 1 Was war dein schönstes Weihnachtsgeschenk Was du heute bekommen hast Das würde mich wirklich sehr interessieren Ob ihr euch was gewünscht habt Und ob ihr das auch bekommen habt Zweitens Was wünschst du dir für 2012 Was habt ihr euch als für das nächste Jahr vorgenommen Und die letzte und dritte Frage Was sagtest du als erstes Als du eines meiner Videos zum ersten Mal gesehen hast Das würde mich wirklich sehr interessieren Alle neuen Abonnenten dürfen mir das natürlich schreiben Und auch alle alten dürfen mir gerne schreiben Bei welchem Video sie mich das erste Mal gesehen haben Und warum sie mich abonniert haben Und warum sie heute eigentlich noch Abonnent sind Das würde mich sehr 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 interessieren Schreibt mir bitte diese Kommentare genau unter dieses Video Weder auf meinem Kanal noch sonst irgendwo Und ja dann kann es auch schon losgehen Jetzt würde ich kräftig in die Tasten hauen Wie gesagt die Verlosung endet am 3. Januar Ich blande es hier nochmal ein Am 3. Januar um 15 Uhr Alles was danach noch an Kommentaren kommt Wird nicht mehr gewertet Der Gewinner wird über random.org ermittelt Und wie gesagt in dem Video mittendrin eingeblendet Deshalb favorisiert es auf jeden Fall Damit ihr rechtzeitig Bescheid wisst So meine Lieben Das war es jetzt für heute Ich würde euch noch ganz gerne was anraten Hier ist die Infobox durch Da sind nochmal die ganzen Regeln aufgelistet Da sind nochmal Links für Twitter und Facebook Von mir bekannt gegeben Und da wird ein Video drin verlinkt sein Was ich denke vielleicht die meisten zum Nachdenken animieren wird Das habe ich erst vor kurzem gesehen Mir sind wirklich sehr sehr die Tränen gekommen Als ich das gesehen habe Schließlich gibt es immer wieder ein paar Leute Die sich hier bei Verlosungen beschweren Und Leute wenn ihr euch das Video anguckt Es gibt Menschen denen geht es definitiv sehr viel schlechter Und hier geht es wirklich nur um Make-up Guckt euch das Video an Dann werdet ihr sehen mit was für Problemen Menschen wirklich mal zu tun haben Die wirklich an die Substanz gehen Körperliches Aussehen Irgendwas hat hier Das ist irgendwo in der Rangliste Was uns Menschen angeht Ganz weit unten Es ist ein Hobby von uns allen Dabei sollte es bleiben Und ganz ehrlich gesagt Sollte man sich darüber freuen Wenn man was geschenkt bekommt Ich würde Wenn mir die Preise nicht gefallen Würde ich nicht bei der Verlosung mitmachen Bin ich ganz ehrlich Und ja Man sollte öfters über den Tellerrand schauen So viel sei gesagt Für dieses Jahr Wir hören uns erst denke ich mal wieder Anfang nächsten Jahres Da ich jetzt in Urlaub fahren werde Und die Kommentare leider in der Hinsicht nicht beantworten kann Etc Weil ich kein Internet in der Zeit besitze Ja Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch schöne frohe Festtage Genießt sie Und lasst euch schön reichlich beschenken Hoffe ich mal Dass vieles dabei für euch dabei war Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr Kommt mir alle heil über Bleibt gesund Und vor allen Dingen Ja Nutzt die Tage mit eurer Familie Viele sagen ja Das kann man immer im ganzen Jahr machen Aber ich glaube in dieser Jahreszeit Gibt sich immer mal der ein oder andere mehr Mühe Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Meine Lieben Macht's gut Bye bye Bis zum nächsten Jahr Ciao Ciao